Allein gegen drei, du hast die Bombe geplandet, stehst A lang, von einer Flash geblendet. Bam, 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 dein erster Schuss geht rein und von jetzt an, heißt es zwei gegen ein. Ein Gegner Short, der Anrufzeit und von jetzt an, Kollege, er zählt die Zeit. Du gehst nah ran, wirst ne Rechtsflick, Nate, ja kein Wunder, dass der Gegner zerfällt. Nun der Letzte auf Short und die Bombe, sie tickt. Du fliegst von rechts nach ganz links, hast den Gegner gepickt. Die Bombe explodiert und dein Team sie empfiert. Doch alles, was du dazu sagst? Ja, Digga, wenn du halt weißt, wo die Kante ist. Ratatam, ratatatatam-tam, weißt du, dass du der Geilste bist. Wenn du halt weißt, wo die Kante ist. Ja, Digga, wenn du halt weißt, wo die Kante ist. Ratatatatatam-tam, weißt du, dass du der Geilste bist. Ja, ist mir egal. Ich spiel trotzdem nur Shotgun. Monster Kill.